Hallo und herzlich willkommen zu Dekuli. Ich möchte euch gerne heute zeigen, wie ihr ganz schnell eine tolle frische Knoblauchbutter oder Kräuterbutter herstellt mit frischen Kräutern aus eurem Garten oder gekauften Kräutern, wie ihr das möchtet. Auf jeden Fall frischen Kräutern, das ist so hammerlecker und die könnt ihr natürlich auch super gut einfrieren, sodass ihr das ganze Jahr davon schlemmen könnt. Aber jetzt gehen wir auf den Sommer zu. Das heißt, ich gehe davon aus, die wird gut verbraucht, denn wenn die Grillzeit wieder anfängt oder man einfach viel draußen ist, dann schmeckt natürlich ein Brot mit Butter, ein Grillabend mit Kräuterbutter umso leckerer. Wie einfach das geht, das möchte ich euch zeigen. Und wir haben hier ein paar Zutaten. Und zwar habt ihr zwei Bund Kräuter. Also ich habe da jetzt welche genommen, die ich bei mir jetzt anpflanzen werde. Die stehen noch bei mir im Wohnzimmer, weil es noch so kalt ist draußen nachts. Aber die gehen raus, sobald soweit ist. Und jetzt habe ich sie schon einmal gepflückt und geerntet. Da könnt ihr Kräuter nehmen, wie ihr möchtet. Also tatsächlich, ich habe jetzt genommen ein bisschen Basilikum, Rosmarin, Salbei, Thymian, ein bisschen Fettasilie ist dabei. Und deswegen werde ich dann nachher beim Würzen drauf verzichten, Currykraut. Das heißt, ihr könnt natürlich Curry als Putzmittel nehmen. Ich habe das als Kräuter mit in meiner Butter geplant. Das heißt, da ist auch noch Currykraut mit bei. Genau, was braucht ihr sonst noch? Wenn ihr mögt, zwei, drei Knoblauchzehen. Die sind natürlich optional. Wenn ihr eine reine Kräuterbutter möchtet, dann könnt ihr das natürlich auch gerne weglassen. Dann würde ich euch aber empfehlen, noch ein bisschen mehr Kräuter zu nehmen. Aber auch das ist natürlich Geschmackssache. Auch da könnt ihr ganz nach eurem Geschmack mehr oder weniger nehmen. Oder auch nur eine Sorte von einem. Nur Petersilie oder nur Basilikum. Was ihr am liebsten mögt. Dann braucht ihr noch ein Teelöffel groben Pfeffer. Zweieinhalb Teelöffel Salz. Dann noch ein bisschen Paprika, Rosenscharf, so einen halben Teelöffel. Natürlich Butter. Ich habe mich heute wieder für die vegane Variante entschlossen, entschieden. Deswegen haben wir eine vegane Butter, also eine Pflanzenbutter. Die ist von der Verarbeitung sehr schön. Ihr könnt natürlich auch Margarine nehmen, aber tatsächlich ist Butter, echte Butter oder diese vegane Butter, diese Pflanzenbutter schöner. Die kommt von der Konsistenz und dem Geschmack der echten Butter sehr nah. Also wenn ihr auch die vegane Variante machen möchtet, dann würde ich euch einfach empfehlen, könnt es natürlich auch anders machen, diese Pflanzenbutter zu nehmen und nicht diese Margarinen, die es so gibt. Die sind halt weich. Da sind Weichmacher mit drin, damit die weich und geschmeidig bleiben. Und es ist halt schöner, wenn das hinterher eine richtige Butter ist. Die kann man dann auch in Form bringen, zum Beispiel zu so einer Rolle oder in Eiswürfelbehälterförmchen machen. Das geht auch ganz toll. Sieht dann auch immer hübsch aus, wenn man das serviert. Genau. Also die Butter braucht ihr noch. Und dann kommt die Geheimzutat. Und das ist eigentlich das Nonplusultra. Also so eine Butter zusammenstampfen kann ja jeder. Aber jetzt erzähle ich euch meine Geheimzutat. Denn das ist tatsächlich, also in dem Fall, in dem Verhältnis von den Mengen so ungefähr 80 Gramm gutes Olivenöl. Und das macht eure Butter so cremig und geschmeidig. Also ihr werdet den Unterschied auf jeden Fall schmecken. Und auch fühlen in der Konsistenz wird ganz anders. Also wirklich lecker. Das ist wirklich eine Geheimzutat. Kann ich euch nur empfehlen, dass bei euren Buttern, egal welche ihr dann vielleicht nachmacht, könnt ihr auch mit getrockneten Kräutern. Natürlich auch mit getrockneten Kräutern. Aber ich meinte getrocknete Tomaten zum Beispiel. Oder Röstzwiebeln. Kann man ja auch toll so Grillbutter machen. Und auch da als Geheimtipp immer so ein bisschen Öl mit bei. So, jetzt habe ich wieder so viel erzählt. Jetzt wollen wir mal anfangen. Und unser Rezept ist wirklich sehr simpel, wie immer. Alle zu Zutaten bis auf die Butter. Und das Öl kommen in den Mixtopf. Die Kräuter. Also dieses Currykraut, das riecht wirklich richtig nach Curry. Bin da total gespannt drauf. Was ich damit noch tolles alles machen werde. So, das lege ich mal zur Seite. Das brauchen wir nämlich nicht. So, ungefähr zweieinhalb Teelöffel Salz. Da habe ich hier so schön. Grobes Meersalz. Und einen halben Teelöffel Pfeffer machen wir noch dazu. Ach nee, einen halben nicht. Einen halben Teelöffel Paprika wollte ich haben. Ich glaube Pfeffer können wir ein bisschen mehr reinmachen. Da machen wir noch ein bisschen Pfeffer rein. So, so. Pfeffer, Pfeffer. Natürlich den Knoblauch. Da habe ich mich jetzt für 13 entschieden. Könnt ihr natürlich eine oder zwei oder fünf machen. Aber ne, fünf lieber nicht. Das ist selbst nicht so viel. Aber ich glaube drei ist schon wirklich viel. Und ihr könnt das natürlich reduzieren oder weglassen. So, haben wir alles. Alles bis auf Butter und Öl haben wir im Mixtopf. Das Ganze wird jetzt zerkleinert. So ungefähr acht Sekunden. Stufe acht. Schon fertig. Das geht immer so schnell. Ich wollte die Butter eigentlich in der Zwischenzeit auspacken. Ich hoffe, ich habe die jetzt rechtzeitig aus dem Kühlschrank genommen. Am besten ist es wirklich, wenn ihr die vorher rausnehmt, dass die schön weich ist. Boah, Hammer. Schaut euch das mal an. Ich liebe das, wenn der Thermomix so seine volle Kraft entfaltet. Wahnsinn. Hat der die Kräuter so schnell klein gemacht. Wie immer nehmt ihr einen Spatel, wenn ihr sowas macht und macht so ein bisschen den Rand sauber, sodass ihr da alles auf dem Boden habt, dass das auch schön mitgenommen wird im nächsten Schritt. So, ein Päckchen Butter ist in der Regel 250 Gramm. Ja, die ist so lala weich, ne? Seht ihr das hier? So lala weich. Hätte ich früher rausnehmen können. Aber gut, ist nicht so schlimm. A, weil ihr einen Thermomix habt und B, weil wir das nachher sowieso noch cremig schlagen mit dem Öl. Ist jetzt nicht so ganz dramatisch. Also, das kommt rein in euren Mixtopf. Und dann wird das Ganze zehn Sekunden auf Stufe vier nochmal schön zusammengerührt. Zehn Sekunden, Stufe vier. Und jetzt kommt die Geheimzutat ins Spiel. Also ihr habt ja schon eine Butter, die ihr jetzt ganz normal verwenden könnt schon. Jetzt kommt eure Geheimzutat ins Spiel. Nehmt das Öl. Nichts verkrommen lassen. Und zwar nehmt ihr da so zwischen 50 und 80 Gramm, sag ich mal, so wie ihr mögt. Und rührt das Ganze cremig. Also je mehr Öl, umso cremiger und je weniger, umso fester wird eure Butter dann hinterher. So, und das wird jetzt nochmal schön vermengt und schön cremig aufgeschlagen. 20 Sekunden auf der Stufe vier. Das war's schon. Boah, lecker. Ich freue mich wirklich immer wieder selber darüber, wie... Hammer lecker das aussieht. So, ich habe jetzt ein Schüsselchen genommen. Wie gesagt, ihr könnt das total super in Eiswürfelbehälter füllen. Oder in so eine Rolle. Jetzt habe ich allerdings relativ viel Öl dran gemacht, weil... Gut, das wird jetzt noch fester natürlich. Das ist jetzt weich geschlagen. Ähm... Ich würde da jetzt keine Rolle draus formen. Also könnte man... Das ist dann halt etwas weicher alles, aber ich lasse das hier in meinem Schüsselchen. Das wird eh nicht alt. Und dann könnt ihr das so machen, wie ihr das gerne möchtet. Sehr schön. So, das war's schon zum Thema leckere Grill- und Kräuterbutter. Also die ist jetzt schon mit viel Kräutern. Die ist schön grünlich. Da geht natürlich noch was. Da geht natürlich noch mehr. Aber wie gesagt, ich mache das lieber dann mit ein bisschen Knoblauch noch dazu. Das schmeckt uns am besten. Genau. Probiert es einfach aus. Jetzt im Moment geht es ja los. Überall gibt es wieder leckere Kräuter. Vielleicht bekommt ihr auch mal welche geschenkt. Vom Nachbarn oder irgendwo von jemandem, der einen Garten hat. Wenn ihr selber vielleicht keinen habt, vielleicht pflanzt ihr auch selber eure Kräuter an. Oder kauft sie einfach irgendwo im Lebensmittelladen. Ihr könnt wirklich ganz, ganz tolle Sachen machen. Und gesund ist es oben drauf. Denn die Kräuter enthalten natürlich ganz wichtige Vitamine auch für uns. und sind so lecker. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Dann verpasst ihr keine Videos mehr. Keine Tipps und Tricks. Und auch keine Gewinnspiele. Die gibt es ja auch recht regelmäßig. Und ja, dann freue ich mich, wenn wir uns ganz bald wiedersehen. Und bis dahin, bleibt schön gesund. Ich freue mich auf euch. Eure Daniela. Und bis dahin. Bis zum nächsten Mal.